Nein. Äh, warte mal. Herzlich willkommen zur 73. Ausgabe des Techtel-Mächtel-Podcasts. Ich bin wieder euer Brad Clemens und am anderen Ende der Leitung irgendwo im Osten, Süden, Westen oder Norden. Es ist brutal warm. Warum hast du überhaupt eine Koppe auf? Seit wann hast du Koppen gemacht? Ja, die Haarpracht lässt langsam nach und man muss die halt ein bisschen abdecken und anfangen. Stimmt, ja, der Photovoltaik-Collector, das sehe ich bei mir auch, der braucht immer wieder mal Schatten. Es ist ziemlich hart, wo es der so Sonnenstrahlung aufnimmt, die Platten auf dem Schädel. Eigentlich hätte ich mir gedacht, wenn weiße Kopfhaut würde eher Licht abdingseln. Leider habe ich noch ein paar schwarz-braune Haarsprenkler drinnen und scheinbar wirkt hier ein bisschen wie so eine Art Solaranlage. Ja, ja, das ist irgendwo muss die Energie her. Ah, so. Summer Special Ausgabe, also zu unserer letzten kurzen, ja kurzen, letzten Ausgabe, wo hauptsächlich der Alex sich um die Themen gekümmert hat. Die war damit halb so lang wie normal, weil nur der Alex Themen gehabt hat und der Clemens ziemlich ein faules Sau ist. Haben wir diesmal auch keine Themen, weil es ist ja nur eine kurze Zeit zwischen den Episoden jetzt gewesen und ja, ich habe ganz andere, wichtigere Sachen zu tun, als euch zu bespaßen. Nein, stimmt nicht, aber wir haben uns gedacht, wir machen da jetzt was Einfaches eben für den Sommer, weil wir die Techtelmechtel, wir hauen jetzt unser Spendengeld auch mal ab und machen auch mal gemeinsam Urlaub auf Barbados. Ja, und dann noch in New York und das, was halt noch zugeht, aber ist ja wurscht. Aber ja, ob es einfach wäre, weiß ich gar nicht, was wir da machen. Das nicht, nein. Ja, eben. Ich wechsle gleich einmal unseren Bildschirm, weil wir starten heute wieder einmal, Alex, sag einmal was. Ja, Test, eins, zwei, drei, vier. Ja, hat er schon mitgekriegt, ja, sehr gut, der Alex ist hörbar. Ja, ich muss jetzt noch einmal was prüfen, nämlich ob ich auch jetzt den Ton mit aufnehme. Ah, okay. Wir starten heute wieder mit einem kurzen Spiel, also das, was wir das letzte Mal ja noch kurzen Problemchen geschafft haben, uns einzurichten. Starten wir heute und werden jetzt Brad and Fred oder Fred and Brad, Brad and Fred weiterspielen. Und ich starte es jetzt einmal. Und. Wie ist das jetzt nochmal gegangen zum letzten Mal? Da kriege ich jetzt eine Einladung. Ja, irgendwie sowas. Aber das müssen wir jetzt einmal checken. Jetzt einmal schauen. Genau, ganz genau schauen. Zum Spiel einladen. Freund einladen. Kann man doch Feinde auch einladen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ja, einen Gast kann man einladen. Jeder Gast ist mein Freund. Yeah. Gut. Das funktioniert ja schon auf Anhieb, oder? Scheint so. Ich hoffe, man soll da mal schauen. Falls das jetzt... Nein. Wie hat es rausgeschmissen? Ah. Lass mich roten. Magenta. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also mein Internet ist nur da. Soll ich mich nochmal neu einladen? Mhm. Bitte. Tja. Warte, aber jetzt müssen wir wieder was anderes kurz einmal checken. Application. So, Freund einladen. Ja, so. Jetzt mache ich es einmal ganz langsam. Vielleicht geht es jetzt dann. Für alle, die, die sich da jetzt denken, das könnten die zwar nasenruhig öfter machen. Äh, so. Jetzt bricht er mal da dauernd ab. Warum, weiß ich aber nicht. Ich habe eine Vermutung. Die ist? Magenta. Ja, aber das ist ja wurscht, oder? Ja, diverse Ports. NUT, UPnP und all diese Sachen, wo sie gerne mal nicht freigeben. Hm, das ist aber, komm, ich probiere es noch einmal, bitte. Warte einmal, ich wäre jetzt nämlich da. War ja gelacht, wenn bei uns nochmal etwas auf Anhieb funktionieren würde. Äh, richtig geil, richtig geil, richtig geil. Ja, ähm, deinen Controller sehe ich noch nicht. Jetzt bin ich da. Ja, deinen Controller habe ich auch. So, ich weiß nicht, was jetzt anders war, aber wurscht. Ja, mein Controller vibriert, ja. Es ist so sinnlos, das Feature. Und du siehst jetzt was? Ja, 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 ich sieg. Ich muss das gleich, ähm. So. Also ganz kurz, ähm, das ist halt vor allem hauptsächlich interessant, nur für die, die zuschauen. Also die, die, die zuhören, werden sich denken, was machen die für einen Scheiß. Ja, das ist, wir sind richtig. Wir sind super multi-audiovisuell, aber wir können halt nicht Bords gleichzeitig irgendwie bei denen. Ja. Ähm, wir könnten eigentlich sowas ruhig öfter einmal machen. So Spiele über, aber ab, 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 abgesetzt von, von die Podcast-Episoden, so ein Techtel-Mechtel-Remote-Player auf Twitch oder sowas. Ja, ja, das können wir machen, das geht immer. Gut, dann probieren wir es weiter. So, wir müssen laufen, gleichzeitig. Oh mein Gott. Ja, warte, warte. Warte, naa! Ah! Gut. So. Also wir fangen wieder von ganz unten an. Hoppa, warte. Ai, 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 ai. Gut, danke. Ah! Was war das? Komm her. Warte, ich kann nicht, ich kann nicht hupfen, ich häng, ah, da geht's, geht's. Hopp. Wie haben wir das davor gemacht? Du hast geschwungen. Andere Richtung schwingen, andere Richtung. So. Ja. Oh je, das glaube ich wird jetzt nix. Wohl. So. Okay. Das wird jetzt schwierig, gell? Äh, die Frage ist immer, was will man tun? Ja, warte mal. Warte mal. Hupf ein paar Leute auf, ey. Warte mal, tun wir mal eins, zwei, drei. Okay, warte mal. Eins, zwei, warte mal. Eins, zwei, drei. Ah, nochmal. Eins, zwei, drei. Drei. Ja, es sollte sich ausgehen. Okay. Eins, zwei, drei. Drei. Ah. Okay, wir haben ja auch gespielt, die sie ausgehen. Passt. Gut. So. So. Und. Was, was zwischen? Lachen wir mal weg, oder? Ja. Eins, zwei, drei. Boah. Oh mein Gott. Äh, ähm. Ja. Wieder gleichzeitig. Warte mal, was ist denn das? Wo ist denn? Ah, lass dich mal runterfallen. Ja, ja, du kannst mich auch verziehen. Ja, ja, das haben wir da, hab ich das letzte Mal schon gemacht. Ah, okay. Okay. Dann. Ähm. Warte mal, geht's kurz? Das könnte ein tiefer Fall werden. Klapp. Ah, der Host ist, der Host ist beschäftigt. Ja, jawort. Ich haule, ich tue leil im, im, im Stream ein bisschen das Audio, auf, vom Spiel, damit man, damit man es im Video und im Audio hört. Und bei mir schaltet es ein bisschen zurück, weil mir ist es ein bisschen zu laut. Ja. So, jetzt können wir weiter... Was tust du denn da? Das schaut echt sehr bizarr aus, was du da magst. Das ist nicht jugendfrei. Nicht jugendfrei, hör auf! So. Okay, stopp. Also. Ja, komm da her, wo ich stehe und dann versuchen wir es gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Boah! Oh, geht doch. Friend, they aren't coming back. Wer kommt nicht back? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Ja, so weit sollte man im Normalfall nicht fallen, gell? Das schauen wir auch mal. Eins, zwei, drei. Gut. So, Pilatio. So, wieder. Aufi. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Oh Gott. Das ist gut, du bist da. Ähm. Vielleicht müssen wir uns da schwingen. Nein, das sollte schon machbar sein. Mit Anlauf. Okay, dann machen wir nicht mehr Anlauf. Eins, zwei, drei. Boah. So, das könnte jetzt aber nicht werden. Das könnte interessanter werden. Soll ich schwingen oder tust du? Hast du dich da das letzte Mal, hast du da springen gedruckt? Ich weiß das nicht. Du hast dich davon geschwungen unten. Ich glaube, ich habe am Anfang losgelassen, während du geflogen bist. Ja. Oh, ich weiß nicht. Schwing. Schwing. Ah. Ah, okay. Ui, zum Glück hast du nichts gemacht. Ich sehe schon, dass das Frustrationslevel bei dem Spiel recht groß wird. Oh je, der Überschlag ist schwer. So, du musst halt rechtzeitig jetzt... Oh Gott, scheiße. Oh, scheiße. Oh mein Gott, das Gute war richtig ganz runter. Mach du einmal die Festbinden am Boden. Ich glaube, ich brauche da gar nichts drucken. Du musst einfach loslassen. Ah. Ich glaube, du musst einfach hüpfen. Oh, oje, oje. Tut man sich hüpfen oder was tust du? Scheiße. Lassest du einfach es sitzen sein oder? Es sitzen sein und nach einem X-Drucken verhüpfen. Bei dir wird es A sein beim Hüpfen oder B. Keine Ahnung. Ja, ja. Ähm. Du musst mich da auch aufheziehen. Danke. Danke. Na ja, bleib da. Eins, wir müssen es einsprechen. Eins, zwei, drei. So. Ja, da können wir ja normal umhüpfen. Eins, zwei, drei. Ja, genau. So viel zum Normal. Okay. So. Ich glaube, du musst einfach nur hüpfen jetzt. Boah. Aha, okay. Gut. Ja, das ist nicht so schwer. Ja. Aufi, 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 aufi. So, Hetzer. Wie haben wir das da gemacht? Wieder gleichzeitig, gell? Ja. Machen wir den Anlauf. Ist das sicher? Das ist so gegangen. Das ist ohne Anlauf gegangen. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja, passt. Okay, und das mit Anlauf, gell? Ja. Eins, zwei, drei. Wie haben wir das da gemacht? Das ist schon wieder so lang her. Einfach gesprungen. Eins, zwei, drei. Achso, schon wieder der. Kann man da eigentlich, leider, dass wir es wissen, dann kann man da ins Menü gehen und ein Ding speichern, ein Quick, so ein Quick Save. Ich kann gleich Safe and Exit machen. Okay, nein, es gibt kein Ding für Checkpoint oder irgendwas. Nein. Schau mal in die Optionen rein. Safe Checkpoint. Oh mein Gott. Load Checkpoint. Probier das einmal. Okay, Druck einmal F. Mach da nichts. So, was passiert? Okay, jetzt lass ich mich mal umgefallen. Nein, 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 nein. Oh. Jetzt lauter mal. Äh, nichts. Okay, cool. Super, jetzt sind wir umgefallen. Danke dir. Mein Problem ist, ich kann da, ich verstehe eigentlich nicht, warum ich... Ah. Warte mal. Aha. Ich kann nämlich die Gamepad-Belegung nicht ändern. Das verstehe ich nicht. Ah. Ah, dann ist vielleicht hinten eine Schulter-Taste. Hälter, Hälter. Okay. Ja. LB ist safe. LB. Oh mein Gott, ey. Und ich habe einen Playstation-Controller. Ja, dann ist es hinten, äh, ich kann es da übersetzen, es ist L1 und R1. L1 und R1. Okay, machen wir mal einen Test. Speichert. Nein. Tut da nichts. Ähm. Warte mal. Ja, warte mal, kannst du aber vielleicht auch, tu du mal L1. Äh, LB. Da passiert nichts, da passiert nichts. Ähm. Das war jetzt, das war jetzt gut zu wissen, gell. Nicht, pass mal auf! Warte mal, wie heißt das, spread and thread? Ah, assist mode. Ah, okay, das ist der dritte, der was quasi assistant macht. Gut, wir müssen also so über die Runden kämen. Ja, das war der dritte Spieler, der quasi assistant macht. So läuft das. Ja, wir müssen also so spielen. Das ist ganz okay. Ja, dann gehen wir es wieder an. Oh mein Gott. So. So. Okay. Also. Eins, zwei, drei. Oh man. Magst du schwingen? Oui, oui, oui. Oui? Oui. Super. Gutes Teilen, Alex. Aha, das war nur zu wenig Schwung. So, eins, zwei, drei. Dann tue ich schwingen. Oui. Zieh mich auf, zieh mich auf. Wow. So. Eins, zwei, drei. Und. Eins, zwei, drei. Und. Eins, zwei, drei. Ah. Ah, zinkt. Ah, na, 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 na. So. Ja, gut. So. Jetzt kann es weitergehen. Okay, das müssen wir mit Anlauf machen. Jetzt brauchen wir da wirklich einen Assistenten machen. Eins, zwei, drei. So. So, jetzt wird es nochmal interessant. Wer magst du schwingen? Wie schaut es bei dir aus? Wird da besser aus Handling? Du darfst schwingen, wenn du willst. So, jetzt ist gleich die Frage, wie viel Schwung? Viel. Wie haut es immer auf die Presse? Lebst du noch? Lebst du noch? Ja. Das ist okay. Wie haut es immer auf die Presse? Da passt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und. Eins, zwei, drei. Ja. Okay. Jetzt haben wir es zu schnell gemacht. Okay. Eins, zwei, drei. So. Wieder schwingen. Okay. Na, was? Das ist... Ah, das war... Okay, das war jetzt aber gar nicht so viel Schwung. Nein, jetzt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. War nicht zu schnell. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und. Ja, das ist. Eins, zwei, drei. Das ist so leicht. So. Eins, zwei, drei. Aha. Aha, also wir brauchen da nicht noch mal viel Schwung. Na, glaube ich auch nicht. Warte mal. Langsam. Langsam, langsam, langsam. Eins, zwei, drei. Fast. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Und eins. Oh, jetzt. Ja. 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 Die Siggschande ist Motti fertig. Eins, zwei, drei. Okay. Du siegst gerade, ich bin ein bisschen, wie sagt man da, der ungehaltene Spieler. Keinen Stress. Ja, aber das ist bei mir, das Spiel ist so. Okay. Eins, zwei, drei. Ich muss noch kurz, ich muss noch mal kurz meine Mütze abnehmen, weil jetzt wird es ein bisschen warm da. Okay. Uiuiui. Es wird ein bisschen warm warm. Ah, mein Mikro. So, da ist es wieder. Ähm. So. Eins, zwei, drei. Gut. Dann machst du wieder. Also, du musst ein bisschen nach links. Ah. Ui. 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 Warte mal, wie hast du denn das davor gemacht? Ich glaube, in Zukunft wirst du schwingen. Nein, warte mal, wie machst du denn das wirklich? Schwingen und dann lass ich gehen und dann hupfe ich einfach. Einfach hupfen. Okay, weil das habe ich auch gemacht. Okay, warte mal. Eins, zwei, drei. Okay, probieren auch mal. Uiui. Ja. So. Okay. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Oh Gott. Das war je zu langsam. Eins, zwei, drei. Wir müssen das wieder ein bisschen besser koordinieren. Eins, zwei, drei. Ja, der kommt ja am Anschlag. Gut. So, der war mit Anlauf, okay? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Gut. Ja, passt. Dann schwinge ich gleich. Oh Gott. Boah. 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 Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Need help. Assist options now in the manual. Aha, jetzt kriegen wir sie. Warte mal da oben. Warte mal, stopp, hinter. Nein, hinter, hinter. Im Menü. Noch eins, noch eins. Da oben, manual. Oben, da kommst du da nicht auf, wie? Ja. Assist options to keep. Ah, okay. Checkpoints. Gut. Hold to plant. Wir müssen Borde. Wir müssen Borde LB drucken. Das probieren wir jetzt gleich mal, gell? Ja. Also, druck einmal LB. Ah. Das reicht auch gleich, wenn du es machst. Echt? Ja. Sehr gut. Gut. Passt. Okay. Super, das Spiel ist drei. Okay, also es funktioniert. Passt. Eins. Okay. Zwei. 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 Eins, zwei, drei. Nicht durchschwingen, okay. Ja. Hä? Warum? Haut der doch nicht so viel Schwung auf wie bei dir. Vielleicht musst du in die Richtung noch lenken, wo du hinschwingst. Ah, warte mal, das könnt ihr mal probieren, ne? Eins, zwei, drei. Gut. Okay. Ja. Oh, okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, jetzt tun wir mal, also. Eins, zwei, drei. Hau ein, ja, ein Checkpoint. Gut. Okay. Wieder mit Schwung. Eins, zwei, drei. Jetzt brauchen wir es ja richtig fahrt, okay. Ah, scheiße. So. Okay. Was du, ich will ja schwingen, warte mal. Ja, passt. Aber es, aber die Ehe war nicht schlecht. Nein, nein, es geht, es haut ja hin. Achso. Entschuldigung. Gut. Nein, nicht. Oh, das wird nett. Okay. Eins, zwei, drei. Was ist da? Auf, zum Berg, runter, kommen wir weg. Run, zum Loch. Das wird nett. Guck, fangen wir da auf. Versuchen wir, da aufzukommen. Nein, nein, wir müssen... Ah. Sehr gut. Ah, okay. Wir müssen doch so quasi... Warte mal, wir lernen eine neue Darstück kennen. Ja, aber... Aber, aber, aber... Wieso schaff ich das jetzt nicht mehr? Ich habe vergessen, dass man mal so... Alter, ist das ein... netter Kerl. Du kannst auf die meisten Walls für eine Limite... Was? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn jetzt? L.T. Warte mal. Das ist die untere. Wie ist das gegangen? Ah, wir müssen da oben einen Stempel reinhauen. So. Gleichzeitig. 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 So, was will der jetzt an? Du hupst da... Ich hupf auf. Wir hupfen beide auf und ich tue mit L.T. Grabben. Eins, zwei, drei. Nein. Okay, jetzt lasst du... Lass Grabier mal. L.T. L.T. Ja, das ist bei mir die linke hintere Schultertaste. Ja. Ja, die muss ein bisschen mehr Spielholter als die obere, oder? Ja. Okay, lass uns einmal beide hupfen. Eins, zwei, drei. Ah, ja. Der ist es. Okay. Schwing dich auf, ey. Passt. Jetzt zieh geschmehe auf, ey. Passt. Ja, warte, 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 warte. Loslassen. 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 So. Ähm. Okay, hupfen wir da um, ey. Entweder da um, ey. Oder da rauf, ey. Weil da kann ich nicht schwingen. Aber du kannst schwer rauf, ey. Wohin denn? Was hättest du? Ja, das geht nicht. Achso. Nichts? Na. Warte mal, nochmal. Ich hupf einmal rauf, ey. Warte mal. Wenn du... Na, aber was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel jetzt? Lass mal rauf. Äts. Na. Warte, na. Du kannst nicht. Ah, stimmt. Ich kann auch noch. Jetzt warst du auch. Okay. Dann. Auf drei wieder. Eins, zwei, drei. Ah, na, warte. Äh, da drüben? Ne, warte mal. So, okay. Jetzt schwingen wir doch von Wand zu Wand. Zuerst auf die. Ja, also eins. Zwei. Drei. Drei. Aha. Gut. Schwing dich doch um. Ah, super. Ah, ja. Stimmt. Aha. Na, den hättest du glaub ich nicht gebraucht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah. Passt ja, geht's ja. Okay, den müssen wir mit Anlauf machen. Den müssen wir mit Anlauf, da müssen wir uns umschwingen. Wie bestimmt? Ah ja, stimmt. Stimmt. Sicher ist sicher. So. Und da machen wir jetzt wieder mit Anlauf ein bisschen. Eins, zwei, drei. Oh, ein Bildchen.